weiter geht es mit dem zweiten durchlauf von escape dead island wir sind insgesamt denke ich jetzt auch wesentlich flotter unterwegs ob ich auch noch für dich so Oh man Zombie down Ich meine, wir könnten jetzt zum Strand und da auch noch in die Luke rennen, aber... Nö... Wir schaffen das auch so... Irgendwie... So... Kriegt er dich gleich wieder Kopfweh oder... War das hier gar nicht, ich weiß es nicht Okay... Puh... Buh... Ouh... Buh... 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 ich habe diese helipad okay ich gucke jetzt vorab nicht irgendwo gleich doch noch was versteckt rum liegt munition ist irgendwie da hinten noch sein da habe ich mich null daran erinnert dass die hier lag okay ich Ich kann das gleich breit machen, was drunter kommt. Ich kann das gleich breit machen, was drunter kommt. Oh, ich komme hier nicht durch. Was ist das denn für eine Scheiße? Oh, da hat einer runtergefallen ist. Lol. Gut, dass dann hier hinten hoch ausschlägt. Jetzt kommt gleich der Special, oder? Oh, ich komme hier! Das war eine Scheiße! Oh! Oh, ich bin ein Mitarbeiter. Oh, ich bin einig! Oh! Oh, ich bin einiger. Oh! Oh, du bist du? Oh! Oh, du bist du bin. Oh, ich bin einiger. Oh. Ich bin einiger. Oh, ich bin einiger. Ha! Low und steady hast du dein Gesicht verloren! Vielleicht da... Das weiß ich nicht. Wenn wir schon mal hier oben sind... Ich glaube, hier kriegen wir eine Pistole, ne? Die ist vielleicht ganz gut gegen ihn. Geht ihr? Jäger oder was du da? Diese Leihmutter ist dann schon fast und wahrscheinlich wieder auf den Weg zu sein. Das ist oft, aber da war die Leihmutter. Alle leihmutter die Leihmutter ist so gut nach dem Schraub des Staub und der Mauchklinischen Bohr. Da ist raus, bis hier die Leihmutter anselemmert. Verder wird euch da, was für dich. Oder wenn du dir das kommt. Das kriegst du das. Das macht dich, dass dich jetzt zu Hause und zu Hause. Du bist sicher nicht zu Hause, oder? Ja. Munition, Munition. Gerne, gerne. Der Walopa, genau. Sehen wir hier jetzt eigentlich? So ein bisschen sehen wir hier gar nicht weiter, ne? Ah, kein Medizin-Koffer. Schauty. Schauty, schauty. Na gut, ab nach oben. Irgendwie ich das dummig fühle, dass ich letztes Mal mehr Medizin-Koffer insgesamt schon hatte. Ah, das ist ja nicht so. Okay, Walopa. Okay, Walopa. Ich bin dankbar. Oh, das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Musik Ah, shit. Wieso macht du das jetzt nicht mehr? Oh man, sowas hab ich erahnt, ey. Ich habe es geschafft. Ich habe das nächste Telekarte. Du bist nicht mehr, oder? Nicht mehr. Oh nein. Interessant. Und wir kommen rein. Wir kriegen wahrscheinlich... Versteckte Schlüsselkarte. Versteckte Schlüsselkarte. Jetzt ist die Frage, wo brauchen wir diese? Wenn ich jetzt ins Labor gehe und das nicht die Karte ist, dann hat uns das natürlich angearscht. Aber das... Die Schlüsselkarte mit dem Katana ist ja auch erst danach dran, glaube ich. Ich verstehe den Sinn auch nicht so ganz. Erstmal A, dass man hier ein Selbe festigen muss, um zu... Wie nennt man das? Schwebebahn zu kommen. Zu Zellbahn. Äh... Und dass ich dann damit runterfahren kann. Ich meine, benötigen tut man das im Storyverlauf ja eigentlich nicht, dass man von hier aus... Direkt runterfährt. Ist ja eigentlich... Kann ich das auch noch fotografieren, das Ding? Noch sechs. Gute Idee. Okay. Das heißt, theoretisch könnten wir das zum Flugfeld... Achso, klar. Die Masterkarte erstmal holen. Und irgendwann kommen wir doch auch noch hier raus, aber... Gut, dann... Wegen den Felsen, die sind dann später weg, alles klar. So... So, dann geht's wieder runter, würde ich sagen. So, dann geht's wieder runter. Kann ich runter? Nein, natürlich nicht. Ja, dann ist der weitere Ablauf jetzt eigentlich auch ein bisschen klar. Ich würde mir die Master Key Card holen, dann kurz vor dem Labor die Schrotfinder einsacken. Damit nochmal zum Strand und da ist hoffentlich auch nochmal ein Medikit versteckt im Bunker. Und damit dann zu den Untergrundlaboren oder in die Untergrundlabore. Steht da oben wieder einer? Ja. Ach, leck mich doch. Oh, die verfolgt mich, die Olle Kuh. So nicht vorne, so nicht. So, hier müsste theoretisch gleich gespeichert werden und dann machen wir damit auch ein Folgenpoesien. Und dann geht's in der nächsten Session erst wieder weiter. Oder es wird auch nicht gespeichert. Ist okay. Dann eben nicht. Ah, doch. Spitze bedanke mich. Bis dann eh.